Während Kalanta und Co. auf RTL ZWI erwachsen wurden, bekamen die Zuschauer Silvia Wollnys älteste Kinder nie zu Gesicht. Das machen Sascha und Patrick Wollny heute. Die Wollnys sind Deutschlands wohl bekannteste Großfamilie. Obwohl jeder weiß, dass Silvia Wollny elf Kinder hat, kennen RTL 2-Fans nur acht von ihnen aus der Dokuso. Jessica Birkenheuer, 39, Sascha Wollny, 36, und Patrick Wollny, 34, hingegen, sind den ZuschauerInnen bis heute ein Mysterium. Vor allem über die ältesten Söhne von Dieter und Silvia ist wenig bekannt. Während Jessica Birkenheuer nach der Trennung ihres Stiefvaters und ihrer Mutter in die Öffentlichkeit trat und gemeinsam mit Dieter Wollny ein Enthüllungsbuch veröffentlichte, hielt sich vor allem Sascha aus dem Disput heraus. Auch Patrick meldete sich nach der Trennung seiner Eltern nur selten zu Wort, ergriff jedoch Partei für seine Mutter. Die Wollnys. Das macht Sascha Wollny heute. Heute ist der älteste Wollny-Sohn 36 Jahre alt und führt gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sarah und den gemeinsamen zwei Kindern, einer Tochter und einem Sohn, ein Leben fernab der Öffentlichkeit. Obwohl er eine Ausbildung als Kfz-Service-Mechatroniker abschloss, arbeitete er nie in diesem Beruf. Wie er seinen Lebensunterhalt bestreitet, ist unklar. Silvia Wollnys zweitbekanntester Sohn. Das wurde aus Patrick Wollny. Patrick Wollny ist heute 34 Jahre alt und hat drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne. Seine Freundin heißt Lisa. Auch mit Harald Elsenbast, dem Lebensgefährten seiner Mutter, versteht sich Patrick gut und zeigte sich in der Vergangenheit sogar schon öffentlich mit ihm auf Fußballspielen. Darum waren Sascha, Jessica und Patrick niemals Teil der Fernsehsendung, die Wollnys, wie tvmovie.de, vor rund drei Jahren exklusiv erfuhr, sind die Wollny-Söhne unverheiratet und haben mittlerweile ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Ob sich ihr jeweiliger Beziehungsstatus seither geändert hat oder ob es doch noch zu Reibereien mit der Mutter kam, ist uns nicht bekannt. Im Falle von Sascha ist der gute Kontakt mit Silvia übrigens keine Selbstverständlichkeit, denn der 36-Jährige hatte über einen Zeitraum von rund fünf Jahren keinerlei Kontakt zu seiner Mutter. Was hinter dem mehrjährigen Kontaktabbruch steckte, erfuhren wir nicht. Dass die beiden nie Teil der Fernsehsendung, die Wollnys, eine schrecklich große Familie, waren, liegt wie im Falle von Jessica Birkenheuer daran, dass sie zum Zeitpunkt der ersten Folge bereits von zu Hause ausgezogen waren.